Hallo YouTube! Eine kleine Meldung vom Island-Vulkan. Und zwar bin ich der Meinung, dass hier, ihr seht das ja hier, dass da ein bisschen mehr rausgefeuert wird und hier in der Mitte sowieso. Die Lava-Fontänen, die gehen ziemlich weit hoch. Hier auf der linken Seite, in dem Loch, da wird auch vermehrt mehr Lava rausgesprudelt. Und heute im Laufe des Tages ist hier was abgebrochen. So eine Kante und dann ist die Lava hier rausgeflossen. Sehr viel Lava, die jetzt im Moment auch noch dort rausfließt. Das sind halt die Neuigkeiten. Also, einmal hier auf der linken Seite hier vermehrt Lava-Fontänen, die etwas höher gehen. Hier in der Mitte sowieso, die ballern richtig hoch. Und hier, ganz links, der ziemlich ruhig war nach meiner Meinung, ballert auch schon ein bisschen höher. Okay, das war's. Ich melde mich dann nochmal, wenn es was Gravierendes geben sollte. So, tschüss! Achso, die Leute müssen etwas weiter weg vom Vulkan filmen, weil wurde so angeordnet. Wird dort immer gefährlicher, laut Medien. Tschüss! Wird dort drin. Tschüss!